Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Rahmen einer Sicherheitskonferenz in Moskau erneut schwere Anschuldigungen gegenüber dem Westen erhoben. Konflikte in vielen Weltregionen seien einzig durch die geopolitischen Abenteuer und das egoistische neokoloniale Verhalten des Westens entstanden, sagte der Kreml-Chef laut der Deutschen Presseagentur in einer Videobotschaft zur 11. Moskauer Konferenz für internationale Sicherheit. Daran nehmen vor allem Militärs teil, laut russischen Staatsmedien, mehr als 800 Vertreter aus 76 Nationen. Auch Chinas neue Verteidigungsminister Li Shang-Fu war zu Gast. Putin sagte, es gebe anonyme Hintermänner, die Völker gegeneinander ausspielten und Staaten zum Vasaillengehorsam zwängen, um im Rahmen eines neokolonialen Systems ihre Ressourcen gnadenlos auszubeuten. Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu sagte, sein Land wolle die Zusammenarbeit mit asiatischen Ländern wie Indien, Vietnam, Myanmar, der Mongolei, Laos, Indonesien und Bangladesch verstärken. Chinas Verteidigungsminister Li Shang-Fu sagte, sein Land habe eine militärische Zusammenarbeit mit mehr als 150 Ländern der Welt aufgebaut und wolle diese verstärken. Laut eines russischen Transkripts seiner Eröffnungsrede will Peking das Niveau militärischer Beziehungen zu europäischen Staaten und zur EU erhöhen und traditionelle Freundschaften mit den Staaten Lateinamerikas, der Karibik und der Südpazifik stärken. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.